Hallo ihr Lieben, ich gehe davon aus, ihr seid mittlerweile schon Profis, denn wir haben heute Bergfest. Wir öffnen das 12. Türchen. Von unserem Vermarkter Sport5 gestiftet, zwei Wip-Tickets für den Club der Maitericher Jungs. Ein Spiel nach eurer Wahl. Heimspiel. Heimspielzeit. Kommt alle ran, macht mit und viel Spaß. Viel Glück!